Weißt du, was die effektivste Form des Entgiftens ist? Es ist das Heilfasten. Durchs Fasten verbessert du deine sämtlichen Gesundheitswerte. Fühlst du dich manchmal erschöpft und schwer? Fällst du dir an Leichtigkeit? Wärst du gern wacher? Oder bist du unzufrieden mit deiner Verdauung? Dann ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit das Heilfasten eine wunderbare Lösung für dich. Auch die Fastenforschung hat in den letzten beiden Jahrzehnten ein Bedeutendes zu Tage gebracht. Und zwar können regelmäßige Fastenperioden in allen Organismen weltweit, die man dazu untersucht hat, die Lebensspanne um 20 bis 30 Prozent verlängern. Und diesen lebensverlängerten Effekt schafft kein Medikament. In meinem siebentägigen Fastenprogramm führe ich dich durch eine Fastenkur. Ich zeige dir, wie du deinen Darm regenerierst, wie du deine Lebensenergie zurückgewinnst und dich danach wie neu geboren fühlst. Du kriegst jeden Tag meinen Tagesplan mit informativen und motivierenden Videos, Fachinformationen und vielen, vielen Tipps aus meiner 20-jährigen Fastenerfahrung. Und ich würde sagen, jetzt gibt es wirklich keine Ausrede mehr, dein Fastenvorhaben noch weiter nach hinten zu schieben. Also mach es einfach. Fang an und ich freue mich auf dich.